Dann habe ich hier noch einmal Vollkorn-Bürgerbrötchen mitgenommen, einfach weil die lecker aussehen und weil die auch von den Kalorien gehen. Dann einmal Kiwi, die Mäuse lieben diese Känguru-Chips. Einmal Snackgurken, eine normale Bio-Gurke, ein Apfelsaft-Naturdrüb, eine Bio-Zitrone, ein bisschen Passata, ein Brot, dann richtig cool so ein Olivenöl-Spray, fand ich richtig praktisch. Und noch sehr unreife Bananen, leider gab es keine anderen. Eine Wassermelone und hier zum Schluss noch so einen schwarzen Johannisbeer-Saft. Das war's. Wenn ihr euch wundert, warum so wenig Obst und Gemüse, liegt einfach daran, es ist Sommer und ganz viel wächst bei uns im Garten. Wir brauchen gar nicht so viel einzukaufen. Reicht uns jetzt auch alles gar nicht eine ganze Woche, aber wir schauen einfach mal, bis wann es reicht und dann gehe ich wieder einkaufen.